Ein vielversprechender Anfang. Doch der Mut scheint eure Truppen schon zu verlassen. Ich würde mich ja auf eure Ankunft freuen, wenn ihr nur eine Chance hättet zu überleben. Ihr seid es, die nicht davonkommt, Dämonenhexe. Wie amüsant. Selbst von hier oben fühle ich eure Angst. Sagt, habt ihr je daran gedacht, euch uns anzuschließen? Wir überleben. Anführer, meldet euch! Wir sind bei der Seelenmaschine auf heftige Gegenwehr gestoßen. Unser Angriff läuft. Ich stoße hinzu, wenn ihr den Aufseher angreift. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Das kann ich nicht angreifen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Die fremde Legion wird vernichtet. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ein neuer Tag. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich habe stabilisiert. Ich habe stabilisiert die Gebäude der Legion. Schaut, ob es hier noch mehr davon gibt. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Geh rum. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich bin nicht dem ganzen Weg gekommen, um auf diesem Fels zu sterben. Ich bin außerhalb. Das kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Ich liebe, um den Illidari zu dienen. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Welt ist. Die Wichtelmutter ist in der Höhle dort. Das ist mein Leibgericht. Ich muss näher ran. Verschwindet! Der Folliant gehört mir! Ich bin außerreichbar. Meine Geheimnisse werden euch verschlingen! Sie stehlen unsere Geheimnisse, meine Königin! Bringt mir den Follianten zurück, meine Diener! Das ist zu weit entfernt. Sie haben unswürdige Piranha für die Legion! Wie kann ich helfen, willst du? Meine Nager werden von einem Grubenlord aufgehalten. Erfüllt unseren Pakt und eilt ihnen zu Hilfe! Sie dienen nur mir! Mir allein! Von euch wird nichts als Asche bleiben! Von euch wird nichts unmöglich! Habt Dank! Kommt, Brüder! Zurück in den Kampf! Bitte, es hilft, der Wichtelmutter! In der Wichtelmutter! Ich stehle! Ich bin sogar ausgerecht! Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Tod, wie ihr euch auch entscheidet. Es tut gut, die Macht der Legion gegen sie einzusetzen. Ich habe keine Leute mit Schirm gekämpft, die sie nicht aufgelenken. Ich habe keine Leute, ja. Ich habe die Leute, das sind uns nicht zu verbrechen. Ich bin nicht gewalt. Azzawrod darf nicht fallen. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr? Wehrt uns, was ihr erfahren habt. Mein Leben dient einzig dem Adern. Ich spüre, wie es meine Adern durchströmt. Mein Leben dient einzig dem Untergang. Fürst Elidan kennt den Weg. Ich fühle mich noch tödlicher. Denkt immer daran. Es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legionen. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legionen. Mehr. Ich will noch mehr machen. Wir sind alles, was zwischen der Legionen und unserer Vernichtung steht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will die Legionen ganz allein vernichten. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr erwartet? Azavar darf nicht fallen. Die Macht der Linken. Los, auf in die Lüfte. Euch allen viel Glück. Ich bringe den Rest von uns dort hoch. Ich bringe den Rest von uns. Ich werde das Fluchtportal zum Schwarzen Tempel sichern, sobald die anderen hier eintreffen. Schnell, Kain hat bereits mit dem Angriff auf Tyranna begonnen. Ich bin außer Reichstag. Der Schlüsselstein wurde mir von Sager Raffelt anvertraut. Er wird niemals ausgehören. Ich bin außer Reichweite. Ich lade euch an unseren Feinden. Ich muss näher ran. Das kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Niemand widersteht meinen Kopf. Ich bin außer Reichweite. Nein. Mein noiteiterланter. Diesen Ziel kann ich nicht angreifen. conveni seien über das Portal unten zum Schwarzen Tempel zurück. Ja. Fürst Elidan kennt den schnell. Aktiviert das Portal mit dem Schlüsselstein. Wir müssen zum schwarzen Tempel zurück. Nein. Fürst Elidan ist gefallen. Elidari, recht euren Meister. Ihr tragt das Mahl seiner Verderbnis. Also soll das Dämonenblut in euch euer Gefängnis sein. Bringt sie zum Verlies. Dort werden sie mit dem Verräter vereint sein. Für immer. Scheiße. Die Zeit ist gekommen, Cordana. Zeit eurer Loyalität. Die Legion hat das Siegel gebrochen. Schnell, Schwestern, verteidigt das Verlies. Lady Maia, wir brauchen euch. Erst muss sich noch etwas erledigen. Elidari. Mein ganzes Leben habe ich über die Verderbten gewahrt. Tausende Jahre lang war mein einziger Trost, dass die Welt vor euresgleichen sicher war. Doch für Azeroths Rettung ist kein Opfer zu groß. Nicht einmal eure Freiheit. Werdet ihr uns helfen, Dämonenjäger? Werdet ihr uns helfen, Dämonenjäger? Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Ich brauche eure Hilfe, um Gul'dan aufzuhalten. Befreit die anderen, Elidari. Schnell! Ich bin wach. Wie ist das möglich? Wie viele Jahre haben uns diese Zellen? Warum lässt Marjofs uns frei? Okay. Dafür kann es nur einen Grund geben. Ich hoffe, Marjof macht keinen Fehler, ein Dämonenjäger, wie oft zu befreit. Das ist die Region. Sieh! Ich halte die Stellung. Ich muss näher ran. Werbliches Fleisch ist so. Ich bin außer Reichweite. Ihr wollt uns nicht aufhalten. Ich muss näher ran. Nur noch eure Welt fehlt. Und auch sie wird brennen. Und auch sie wird brennen. Ich bin außer Reichweite. Gäste. Stimmen. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Herr Schatz. Das ist zu weit entfernt. Mein Leben dient einzig dem unterbrochenen Rollen uns halt im Trendjorden. Wir rüsten uns vor uns, wenn wir uns räumen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Über Dämonen in der Meer. Doch in der langen Strasis bin ich wieder bereit fliegen. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ihr müsst das machen. Ihr müsst dieしか tun. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr aus. Meine Klingen sind bereit. Ich bin außer Reichweite. So viele Jahre, nur ich und die Stimmen in meinem Kopf. Ich dachte, ich werde wagen. Die Wächterinnen wollen unsere Wüfe? Sie müssen sehr verzweifelt sein. Wir benötigen Waffen und Vorräte, wenn wir hier ausbrechen wollen. Oh, es tut gut, sich wieder zu bewegen. Ich danke euch. Das sollte nicht lange dauern. Ich reiß euch dieses Kling einzeln aus. Alles läuft nach seinem Plan. Ich gehe voraus und sichere die Aufzüge. Also hat sich die verzweifelte Wächterin an ihre Feinde gewandt. Gebt auf, Dämonenjäger. Wer das Verlies verlassen will, muss an mir vorbei. Wuldan hätte diese Kammer nie betreten können. Ich habe alles geoffert. Eine Wächterin hat mich verraten. Was habt ihr aufgegeben? Auch ich habe den Verrat meiner Leute bestätigt. Was habt ihr zu berichten? Elidan Sturmgrimm. Ha, 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 ha. Endlich treffe ich den großen Verräter. Er wird also Azzeroths Untergang sein. Bald. Der Körper ist kalt, doch seine Seele wehrt sich noch. Wir haben Arbeit vor uns, bevor er bereit ist. Beeilt euch. Die Wächterinnen kommen und die Elidari mit ihnen. Ha, 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 ha. Sie sind verzweifelt. Elidan. Kordana, ihr gehört nun zur Legion. Kordana, dafür kommt ihr vor den Hohen Rat. Ihr könnt mich verurteilen, Schwester. Aber ihr könnt uns nicht aufhalten. Ihr seid zu spät, Wächterin. Dieses Verlies wird euer Grab sein. Dämonenjäger, ihr müsst überleben. Sucht Erzmagier Khadgar. Ihm könnt ihr vertrauen. Elidan gehört immer noch mir. Das ist sie weit entfernt. Wehe in alten Zeiten. Was, Kai? Recht nicht von alten Zeiten. Ihr habt Elidan verraten. Ihr habt uns alle verraten. Ich bin außerhalb der Gefangenschaft. Da Elidan der Teufelsenergie erleben. Ich muss näher ran. Als er befreit wurde, war er nicht mehr weiterverstanden. Er hat dagegen angekämpft, so wie wir alle. Wir hätten ihm vertrauen müssen, Altruist. Wie hundert seid ihr illegal blit nachgewandt, selbst als er vom Weg abkam. Er hat schwere Entscheidungen getroffen. Er hat alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ich habe so hart gekämpft wie der Rest, doch habe ich nicht kaum mehr Unbraucher gezählt. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Ihr habt die Wächterin gehört. Nur wir können die Legion besiegen. Wir müssen von hier entkommen. Nein! Ihr vertraut der Wächterin? Sie hasst uns fast so sehr wie die Legion. Ihr traut niemandem und glaubt an nichts, Altruist. Ihr seid ein Anführer ohne Anhänger. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Die brennende Legion unterwirft alles und jeden. Das ist zu weit entfernt. Ihr müht euch vergeblich, Dämonenläger. Ich muss näher ran. Wie alles. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Keine Dator sind vorausgehalten. Nehmt diese Totten wieder aus und folgt ihn. Eure Beharrlichkeit ist bewundernswert. Doch meine Dämonen haben das gesamte Verlies eingenommen. Auf euch wartet nur der Tod. Das ist doch Wahnsinn. Die Wächter haben die Kontrolle über ihr Gefängnis verloren. Falls wir uns nicht... Neben uns waren auch die mächtigsten Gefangenen auf dieser Ebene eingesperrt. Die Betonung liegt auf Waren. Kain und Altruis sind zu wichtig, um sie hier zu verlieren. Helft ihnen schnell. Fürst Elida kennt den Weg. Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Schnell raus, solange die Kreatur betäubt ist. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Sehr gut. Das Monster ist gefangen. Gehren wir zurück zu den anderen. Gehren wir zurück. Das ist zu weit entfernt. Warum kämpft ihr an ihrer Seite? Ich habe kein Ziel. Es war ganz schön eng. Die Macht des Damens gehört euch. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vermichtung steht. Denkt immer daran. Der Aufzug wird bald hier sein. Die anderen warten oben auf euch. Die anderen warten auf euch. Das war's für heute. Meine Armee wird euch zerschmettern, bevor ihr das Licht erblickt. Hört mit dem Gezahnke auf. Dafür haben wir keine Zeit. Fürst Illidan hat uns gelehrt, nie aufzugeben. Zusammen haben wir unzählige Dämonen vernichtet. Der Feind betrat unsere Welt. Mit dem einen Ziel, alles Leben auszulöschen. Sie metzelten alle Nieder, die wir liebten. Sie verwüsteten unsere Häuser, Städte und heiligsten Orte. Ihr wolltet sie aufhalten, doch ihr habt versagt. Also kamt ihr zu mir. In euch nichts als Hass und Entschlossenheit. Und ihr erkanntet, dass Nächte, die euch einst peinigten, euer sein konnten. Jetzt seht ihr, dass kein Opfer zu groß ist, um die brennende Legion zu Fall zu bringen. Aber, Fürst Illidan, Dämonenenergie durchströmt unsere Adern, beherrscht jeden unserer Gedanken. Was unterscheidet uns von den Monstern, die wir jagen? Ihr zweifelt an unserem Meister? Wir werden nicht feige auf unsere Schlechter warten, wie die Völker Azeroths. Wir tragen diesen Krieg auf ihre Welten. Und dort werden wir die Schlechter sein. Dämonenjäger, ihr wagt es, verdammtes Lord Asgott in seinem eigenen Reich anzugreifen? Eure Mission ist gescheitert. Eure Sache stirbt mit ihm. Ihr riecht mir mehr nach Dämonenjäger. Ihr wärt eine vortreffliche Dienerin. Niemals! Ihr wollt wissen, was uns von den Dämonen unterscheidet. Sie werden vor nichts Halt machen, um unsere Welt zu vernichten. Und wir werden alles opfern, sie zu beschützen. Die Legion wird von diesem Sieg erfahren. Und sie wird euch fürchten, meine Elidari. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ja, ich kann euch sehen. Azeroth darf nicht fallen. Azeroth darf nicht fallen. Fürst Elidan kennt den Weg. Ihr vertraut dem Verräter? Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Lasst uns weitergehen. Die anderen befinden sich in der Kammer vor uns. Die anderen befinden sich in der Kammer vor uns. Die anderen befinden sich in der Kammer vor uns. Ich bin nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ihr werdet nie wieder das Licht dieser Welt erblicken. Freiheit ist eine sinnlose Illusion. Ich bin außer Reichweite. Solche Aboganz zu denken, ihr könntet der Legion widerstehen. Mit einem Zahn. Werfliches Fleisch ist so weich. Ich muss näher ran. Wir haben es geschafft, Elidari. Freiheit! Ich bin außer Reichweite! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Fürst Elidan kennt den Weg Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen Bleibt wachsam Nicht nur den Sieg bringen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin außer Reichweite Ich bin außer Reichweite Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist zu weit entfernt Die Allianz geht vor Mein König ist nur so her wie die Ziele Ich bin außer Reichweite Ich bin außerreichweite Ich bin außerreichweite Nieklar Ich bin außerreichweite Ich bin außerreichweite Ich bin außerreichweite Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020